Guck mal hier sind die Blätter. Blätter brennen. Man kann sie nicht mit bloßen Händen abblücken. Jo, war mir schon klar. Ich denke, es gibt genug Blätter. Wir sollten sie verkleinern und sehen, was dabei herauskommt. Das dadurch entstandene Pulver verbrannte buchstäblich vor meinen Augen. Es lohnt sich, das Rezept bei der alten Dame nachzuschlagen. Sonst ist das alles nur Zeitverschwendung. Ich weiß ja nicht, was sich lohnt, mein Junge, aber bestimmt nicht bei der alten Dame irgendwas nachzuschlagen. Fertig. Ja. Rettig. Puh, diesen Spann. Guck. so, ich verstecke nicht mal ein bisschen runter, ja bitte jetzt dein Tanz aber ich kann doch ja nicht umschlagen an dem Buch Testtagsbunasch Stuppe der hier hast du das mit dem Mond, was wir eben in dem Bild hatten, ja oder muss ich den Alten irgendwie angaben? wir gucken mal, wenn die Frau jetzt unten ist, ob wir an dem Mann irgendwie ran müssen, keine Ahnung kann natürlich völlig falsch sein um Gottes Willen Junge da kaute er erstmal an dem Junge rum so 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 ich verstehe nicht Ein alter Stuhl, wie alles andere in diesem Haus, toll ja. Das ist doch das einzige Buch, was hier ist. Was steht ihr bitte? Also ernsthaft gefragt, was steht ihr bitte? Es sieht aus wie das Squirrel-Soup, das ich hatte. Warum kann ich diese doofe Buch nicht einfach mitnehmen? Das, was hier steht, das ist ja alles. Es ist zu spät, ich habe Glück gehabt. Es ist zu spät, ich habe Glück gehabt. Es ist zu spät, ich habe Glück gehabt. Ja, ja, es ist, nö, nö, es ist halt gut, wer ist hier. Natürlich muss er sterben, die müssen beide sterben, wenn es nach mir geht. Alle Bede müssen drauf gehen. Weil, ich habe da in dem E-Rezept, haben wir nur was gelesen, hier von, äh, Togenschranken, also von Herz und Nieren in dem E-Rezept. The Adически Nee, 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 nee. Also, ich, wie gesagt, ich frag mich, wo diese Seiten sein sollen hier. also was sollen die nie sagen also das wird anfangen kannst gar nicht lesen nur diese vier zeichen und zum schluss hast du einen totenkopf also der muss ja die ganze sache da ist halt hin war wurde dumme ist ja nicht dumme sondern wir finden hier nur diese blätter die zum schluss auf dem bild der vogel im mund hat so insgesamt kann man da drei blätter nehmen ich denke es gibt genug blätter wir sollten sie zerkleinern und sehen was dabei rauskommt das ist eine gute idee danke an den namenloser namen 1 für mein geschenk abo so spät aber unser internet ist ständig weg das ist dann nur los von namenlos an löschen und vielen lieben dank bitte verlängern das gift ab er hat es mit meinem element los banane youtube hat man muss vielen lieben dank für die verlängung monaten monat halleluja dankeschön und herzlich willkommen was ist mit dem internet los los das ist überhaupt keine zeitverschwendung wird weil du jetzt nehmen wir mal was die blätter ja du siehst sehr schick aus ja ich habe mich bemüht basiert war ein bisschen halte ich alles aber die willkommen willkommen macht euch noch ein bisschen mit dem wir stellen uns nehmen wir stellen uns nicht glatt an ich komme an den vogel aber nicht ran kommen wir nicht hören die nahtwachen neue runter war ein bisschen zu viel sonne naja ist da wie es um solarium war da wird die haut irgendwann lederig ich verstehe das nicht in welchem buch soll ich denn hier irgendwas nachschlagen der macht macht er nicht dass die bucke sie stütteln Bevor du fragst, ich hatte einen richtig tollen Geburtstag gestern. Ja, den will ich doch stark kochen. Also die Bilder waren noch granios. Ich hätte es überwiegend mit Essen zu tun hatte, aber wunderschön, wirklich. Alles Gute, nochmal nachdrücklich. So, ich gucke jetzt nochmal schnell, ob wir umschlagen können, aber ich glaube, ich wünsche es langsam. Nee, kannst du nicht umschlagen, jetzt nicht. Ich kann leider nicht umschlagen. Ich habe einen riesengroßen Strauß roter Hosen von meinem Mann geschenkt. Also auf jeden Fall spielt sie mit dem Vogel, ja. Und ich vermute mal, dass wir irgendwas machen müssen. Jetzt, du hast schon recht. Und wenn sie unten ist, müssen wir irgendwas in diese Strahle da drin machen, die sie jetzt gerade gegriffen hat und diese olle Suppe drin gemacht hat, wisst ihr? Aber ihr kriegt die Seite nicht geblättert. Wir gucken gleich nochmal kurz drin. Wenn der Vogel tot ist und sie runter geht, können wir zum Alten vergüsten oder so. Ja, genau. Irgendwie sowas. Also jetzt hat er jetzt nicht mitgemacht. So dumme ist, wenn ich die drei Blätter, wenn ich drei Blätter in den Dings habe, der macht da nicht mehr mit, wisst ihr? Super, der weiße Ei. Ja. Ach, verdammt nochmal. Überall waren Thorns zu sehen, wie eine schützende Barriere umgab. Die musische Pflanzen das ganze Haus. Siehst du, hier ist der Vogel hier unten. Ja, das ist der Vogel. Und dort sind diese Blätter, die wir einsammeln. So, nur ist eigentlich die Frage. Was können wir damit machen? Muss ja nichts. Also ich verstehe auch nicht, welchen Anteil ich in dem Buch lesen soll, bei dieser ollen Spinatwachtel da oben. Bleiben Sie dran. Der Fluchtplan bestreitet voran. Ich habe versucht zu spielen, aber der ganze Hof ist von GIFT in Dorn umgeben. Eine verlorene Sache. Wette dich selbst. Vergiss uns. Den Text hatten wir nur schon, Mädel. Den Text hatten wir nur schon, Mädel. Sie steht nirgendswo was vom Blättern. Herz, Höhen, Lunge Kochen, Kochen Ja, bitte Jesse, bitte Nehme ich gerne Also das ist so So gerne ich das rauskriegen wollen würde Aber das ist so ein schmitty Ding Jetzt schon ja, wo ich mich Gieß mal den Busch mit den Blättern Und jetzt erzähl mir mal bitte Oder alle Oder erzähl mir doch mal Wie willst du jetzt Du solltest dir in irgendeinem vergibsten Oder sonst irgendwas machen Und Wie soll man jetzt bitte durchkommen Dass man den Busch gießen soll Bitte Ganz ehrlich In welchem Zusammenhang steht jetzt Gerade in dem Spiel Dass du den Busch gießen soll Das ist schön, wenn du hast Du hast jetzt Begießkern Da freust du dich Häh? Häh? Ach jetzt Nee, nee, also nicht ach jetzt Sondern ach jetzt Bisschen so Mit der Ehengießkanne änderst du die Form Und mit der anderen Gießkanne Ja, ja, jetzt mach ich Ich mach die Schüssel jetzt noch mal leer Ja, 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 ja Ja, 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 ja Jetzt, jetzt Pass auf Was ist denn die Digge? Haha, so Pass auf Wir merken uns Gelb Grün Blau Rot Also rot ist der Vogel Ja Blau oder lila ist die Gabel Grün ist das Spinnnetz Und gelb ist der Mond Ja So Okay Habt ihr euch das jetzt gemerkt? Ich nicht Nö, aber notiert im Chat Oh, sehr cool Dankeschön Also ich hab heute schon dreimal hier drin genießt Das ist total cool Nee, ist es nicht So, und jetzt Jetzt Komm mal hier hin So Ein Spinnennetz Ja, jetzt braucht man dieses Bild Ja Der Vogel Rot Dieset Blatt Die Gabel Lila Dieset Blatt Der Mond Gelb Dieset Blatt Und das Spinnnetz Grün Mit diesem Blatt Und so brauchen wir von jedem Blatt eins Was er dort Win macht Und das ist das ganze Rezept Frisch mit mir Im bekoppten Buch Ja Also Rot Die Gabel Ah Und D so rot einmal bitte und ist diese teichenblatt ich habe mir jetzt nicht gemerkt wurde reichenblatt da ich blattes lila irgendwie so eine farbe diese farbe ist das andere blatt etwa grün so jetzt hat er drei blätter und er hat noch nicht rum gemeckert also fast so jetzt haben wir gelb so jetzt haben wir gelb mit dem blatt das resultierende pulver gibt einen leichten glanz und einen schwachen mandelduft ab ich habe vielleicht ein produziert ja dankeschön das ist die große frage wann gehen wir da hoch und jetzt haben wir glück gerade war so wie wir müssen ja hoch gehen genau wenn sie den füttern im versteck wollen wenn sie runter geht da gibt es mal die suppe und dann geht opa erstmal voller hunde was hat er denn jetzt für eine zuckung festgepackt 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 mit vergiftet ja habe ich noch habe ich noch so wie kann ich den chat angehalten jetzt geht es der spaß beim sterben dieser böse schmecken lassen mein freund schmecken lassen hier rein ich erzähle die kamera nehme ich auch mit bis jetzt das ist jetzt völlig aufgelöst so Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht ihr jetzt? Aha, okay, ich habe jetzt müssen wir sie noch vergiften Vermut ich jetzt mal Der Opa pennt ja schon Die muss ja jetzt einschlafen, damit wir uns die Schlüssel klauen können Warte, hat es nicht reich, Digga, oder was? Die brauchen ein bisschen stärkere Zeug Hm? 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 Warte, du siehst nach Kopfschmerzen aus? Das ist egal, nö Hm? Nee, bei ihr, ach so, ja bei ihr ja Hä? Bring die Eile Das ist egal, nö Das ist egal, nö Okay, okay Dann gucken wir noch mal Wahrscheinlich ist es im Haus, was wir brauchen Wahrscheinlich ist es Also nicht hier in dem Haus, sondern das ist in dem richtigen Haus Und wahrscheinlich in dem Zimmer, wo volle Vaterchen sitzen Stimmt's euch recht Das ist egal, nö Dazu sage ich erstmal nicht Okay Hey Das war ein Pit jetzt Was bist du? Du hast ihn lockt Oh Ich habe ihn jetzt in dem Ungeformten Kindesdiebrett und kleine Würfel Okay, machen wir später Eine Minute lang in kochendem Wasser gekocht Ich habe jetzt vermutet, dass da unten mit dem Stuhl noch irgendwas sein muss Weißt du, weil sie sich dort hinsetzen, weil man den Stuhl ja auch anfassen kann Okay 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 Warten wir mal, bis er jetzt wieder zurück geht Warten wir mal, bis er jetzt wieder zurück geht Eine Nüchen Eine Nüchen Eine Nüchen Die Nüchen Also ich bin der Meinung, dass der Stuhl irgendwie protaktiert werden muss, weil die so schön rund ist und der Stuhl ja, weil er dort sagt, es ist allzu klapprig, dass das Ding dann zusammenfällt. Dazu brauche ich aber noch was im Inventar. Da vermute ich mal, dass hier noch irgendwo ein Stück Werkzeug sein muss. Nee, geht nischt aus der Toilette, okay. Okay, der sein kann. Hm? Ah, Haymini, was denn jetzt? Ein Dorn? Nanu, muss er sich auf den Dorn ausletzen? Ah, da hat man die Situation. Verdammt. Jetzt aber ganz schnell. Jetzt trinkt man einen Schluck, Mädel. Jo, Mädel. Bitte entschuldigt. Das ist, äh... Das ist einfach die Maske. Gute Feuchtigkeit in der Nase. Das ist ein kleiner Dorn, ja genau. Du wirst niemanden mehr fressen, du abscheuliche Bestie. Oh, wo ist denn die Vogel hin? Ach, Haymini. Das ist auch nicht... So... Das ist einfach die Besucher. toys dran sind nicht aufgeh- accelerated. denn ich würde melhor so oft her auf diese Menge gestionieren. Weil so es dann so hoch an uns auf demnitymeinen